Zum lustigen Eierpecken trafen sich die freiheitlichen Senioren aus den Bezirken Grieskirchen und Everding dieses Jahr beim Danzerwirt in Gaspolzhofen. Seniorenring-Bezirksobmann Helmut Pichlbauer betonte, das Eierpecken ist jedes Jahr ein Höhepunkt bei unseren Bezirksstammtischen. Dabei muss man das kaputte Ei jeweils an den Zieger abgeben. Es geht darum, wie am Schluss am meisten Eier erpeckt hat.